Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was Jetzt gedacht, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. In meiner YouTuber-Laufbahn, die sich jetzt schon über ein paar Jährchen erstreckt, werden mir täglich immer noch die gleichen Fragen gestellt. Patrick, wie findest du meinen Kumpel? Der rappt auch schon. Kannst du mal auf den reagieren? Wie findest du den Newcomer? Wie findest du die Musik? Wie findest du das Album? Was hörst du am liebsten? Und eine Frage hält sich seit Monaten, fast schon seit einem Jahr oder ein bisschen mehr, sehr, sehr hartnäckig. Hey Patrick, was denkst du, wird es irgendwann mal in Zukunft ein Comeback von Kappi und Samra geben? Deswegen, lehnt euch zurück, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken und wir werden diese Frage beantworten. Und diese Frage könnte man jetzt schon relativ easy beantworten, wenn man so eine Fanboy-Brille aufhat, wie ich sie auch irgendwie jahrelang aufhatte und man würde die Frage dann wahrscheinlich mit Ja beantworten. So, man würde denken, ey, guck mal, die beiden raffen sich irgendwann und machen wieder. Wenn man das aber alles nüchtern betrachtet und die Fanboy-Brille einfach mal absetzt, so wie ich das jetzt tun werde, so, muss man einfach irgendwo erkennen, dass es nicht so einfach ist. Ich meine, spuren wir die Zeit nochmal ein bisschen zurück. Oktober 2019, Mitte Oktober 2019, Benelib 2 kommt. Wahrscheinlich haben die beiden nicht mal erahnt, was dieses Album alles anrichten wird, wie erfolgreich das wird, was für Auszeichnungen die beiden da irgendwie einfahren werden, mit Gold, mit Platin, mit was weiß ich. Also das Album hat in jedem Aspekt irgendwie einen neuen Maßstab gesetzt. Wochen, Monate sind ins Land gegangen. Man hat schon irgendwie erahnt, hey, stimmt irgendwas zwischen Kappi und Samra nicht. Dann kam dieser Song, die Augenlügen, Nichiko von Kappi an Samra, wo Kappi aus seiner Sicht erzählt, wie Samra sich seiner Meinung nach die letzten Monate irgendwie verändert hat, neue Kreise hat, neue Freunde hat, die ihm anscheinend nicht gut tun. Und somit ist dieses Traumduo der beiden, die Deutschrap komplett ein paar Monate vorher noch auseinandergenommen haben, zerbrochen oder auseinandergegangen. Danach ist jeder so ein bisschen seinen Weg gegangen und man muss eigentlich traurigerweise fast schon sagen, ist jeder auf seine Weise irgendwie ein bisschen abgestürzt. Ich verlinke euch dazu mal ein Video, was ich gemacht habe, Segen und Fluch zugleich, Benelib 2, das Album. Links in der Beschreibung, checkt es gerne mal ab. Da gehe ich ein bisschen genauer auf die Abstürze der beiden ein. Das soll hier aber nicht wirklich zum Thema werden. Zu jedem Absturz gehört dann irgendwie so ein kleiner Tiefpunkt auf seine Art und Weise dazu. Samra thematisiert diesen Tiefpunkt sehr, sehr gut in seinem Song Geständnis, der vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, nach Geständnis ist es mit Samra wirklich nur bergauf gegangen. Und es freut mich von Herzen, immer wieder zu sehen, wie Samra jetzt wieder rappt, was Samra jetzt wieder für Musik macht. Allerdings haben wir in Geständnis auch super, super viel mitbekommen, was ihn damals bedrückt hat, was in ihm da alles drin vorgegangen ist und wie er gefühlt hat in dem Moment. Musikalischer Tiefpunkt bei Samra würde ich fast schon so LV oder Amin. Also Amin war wirklich so mit Abstand fast schon das schlechteste Ding in Anführungsstrichen von Samra, auch wenn wir bei Samra immer noch von einem etablierten, sehr, sehr guten Deutschrapper reden. So das Schlechteste von Samra ist für jemand anderen wahrscheinlich noch irgendwie sehr, sehr gut oder brauchbar. Aber so Amin war es wirklich nicht, also bis heute nicht. Ich verstehe nicht, wie Leute Amin bis heute hören können, aber auch ein anderes Thema. Bei Kappi ist es so ein bisschen anders gelaufen nach dieser Trennung. Nämlich er ist immer noch irgendwie an seinem Tiefpunkt da unten. So er ist auch auf jeden Fall mächtig irgendwie nach unten gestürzt. Rein Streaming-Zahlen-Technisch, rein Aufruf-Zahlen-Technisch. Er hat hier und da immer wieder einen kleinen Lichtblick gehabt. Was er heute immer noch hat, ist halt wirklich irgendwie nicht mehr auf der Höhe von damals. Er hat ein eigenes Label mit Bra-Musik aufgemacht, hat dort coole Leute jetzt gesigned. Man kann dann nur hoffen, dass er irgendwie wieder zu Altersstärke erlangt, wie Samra eben getan hat. Und da sind wir schon bei einem sehr, sehr großen Grund, weswegen ich glaube, oder einem der Hauptgrund, weswegen ich glaube, dass dieses Comeback in näherer Zukunft nicht stattfinden wird. Und das habe ich auch so immer euch kommuniziert, wenn ihr mir im Twitch-Stream oder sowas die Frage gestellt habt, Hey, was denkst du, Kapi, Samra, Comeback? Ja, nein. Erstmal kann man sagen, auf jeden Fall denke ich, ja, es wird irgendwann kommen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie darauf hoffe und Fanboy bin und geil auf die Klicks bin oder sowas. Mich würde es so musikalisch extrem für die beiden freuen. Man muss dennoch sagen, dass halt diese Comebacks sehr, sehr gut auch für Promo-Zwecke genutzt werden. Dass kleine Trennungen oder Beefs sehr, sehr gut für Promo-Zwecke die letzten Monate, Jahre genutzt worden sind. Dass Leute wieder zueinander gefunden haben, die bis aufs Übelste verkracht waren. Deswegen, warum nicht? Warum nicht auch Kapi und Samra? Andererseits, nochmal nüchtern betrachtet, muss man einfach erkennen, dass beide Personen, dass beide Menschen hinter den Künstlernamen Kapi und Samra an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen. Man hätte es vor einem Jahr gar nicht gedacht, weil beide da irgendwie an ihrem Tiefpunkt waren und irgendwie da unten drum getümmelt haben oder sowas. Man hat ein, zwei Posts von Samra gesehen, man hat ein, zwei Posts oder ein, zwei Kommentare von Kapi gesehen nach dem Motto, hey, lass ein Part frei oder sowas. Man hat so kleine Annäherungsversuche gesehen, auch Social Media. Man hat es den Leuten irgendwie so durch die Blume ein bisschen kommuniziert, ey, da könnte vielleicht was kommen. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt hat Samra wieder sein Leben im Griff. Er ist weg von diversen Substanzen. Er hat eine wunderschöne kleine Familie aufgebaut. Er hat eine Frau, er hat ein kleines Kind. Er macht wieder wirklich, wirklich geile Mucke und das sage ich jetzt nicht nur so, damit ich irgendwie den Kontrast zu Kapi ziehen kann, sondern er macht wirklich, wirklich wieder geile, geile Mucke so, die ich auch wieder privat gerne höre. Also sagen wir, Samra ist hier oben gerade. Er hat wirklich die letzten, die letzten Wochen, Monate, das letzte Jahr über fast alles richtig gemacht eigentlich. Sein Pendant dazu, sein Gegenspieler oder sein jahrelanger Mitspieler, sein Tag-Team-Partner Kapi ist irgendwo hier unten gerade so. Er hat zwar sein eigenes Label aufgemacht, dort stabile Leute gesigned, aber wir wissen nicht, wie es in ihm vorgeht. Wir wissen nicht, wie es familiär bei ihm aussieht. Er macht immer wieder nicht so den allerglücklichsten Eindruck. Und obendrauf kommt halt dazu, dass die Mucke bis heute nicht ansatzweise auf dem Stand ist, wie vor, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahren oder sowas. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte wirklich, wirklich gute, stabile Ding von Kapi gehört habe, um ehrlich zu sein. Dazu kommt dann noch, dass Samra irgendwann mal gesagt hat, dass er, wenn er mit Kapi zusammenarbeitet, wirklich nur mit einem cleanen Kapi zusammenarbeiten möchte. Was ich auch vollkommen verstehen kann, weil da werden die besseren Ergebnisse erzielt. Auch wenn man wahrscheinlich davon ausgeht, dass BerlinLeb2 nicht ganz clean produziert worden ist. Nichtsdestotrotz ist das vernünftig von Samra zu sagen, ey, wenn dann nur mit einem cleanen Kapi, wenn dann nur mit einem Kapi, der sein Leben wieder wirklich im Griff hat. Und das sehen wir halt bis dato nicht. Die Mucke ist nicht auf dem Niveau von Samra, meiner Meinung nach. Und wir wissen alle, dass Kapi da ganz easy mitspielen könnte auf dem Niveau von Samra. Und solange das irgendwie nicht gegeben ist, solange die beiden Menschen auch, oder die beiden Menschen hinter den Künstlernamen Samra und Kapi so unterschiedlich gerade in ihrem Leben stehen, würde ich das einfach nur falsch finden, irgendwie jetzt ein kleines Comeback zu starten oder sowas. Und auf, ah, die Welt ist wieder so schön, friedefreue Eierkuchen zu tun. Abschließend werde ich trotzdem sagen, ja, dieses Comeback wird irgendwann kommen. Auf jeden Fall. Ich bin mir zu 100% eigentlich sicher, dass dieses Comeback irgendwann kommen wird. Und wir sind uns alle einig, dass wenn dieses Comeback kommt, Deutschrap komplett wieder einmal rasiert wird. Also man muss eigentlich nur Nachfolger bringen, wie Tilidin 2 oder sowas, keine Ahnung. Und es ist einfach unbeschreiblich. Dieser Hype wird unbeschreiblich sein, wenn die beiden wieder da sind. Dieser Hype wird nicht greifbar sein. Und er wird wahrscheinlich nochmal alles toppen, was wir bis dato irgendwie gesehen haben. Stand jetzt sehe ich das aber noch nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem ganzen Thema Kapi und Samra Comeback haltet. Ich wünsche euch was. Schönen Abend. Peace.